Rosta Schweiz. Dank einer innovativen Produktidee ist Rosta der weltweit führende Hersteller von Gummifedern und Dämpfungssystemen. Mit 75 Jahren Erfahrung, dem eigenen Labor und einem innovativen F&E-Team entwickelt Rosta ständig neue Designs und Lösungen und unterstreicht damit seine Schweizer Qualität. Rosta bietet eine Vielzahl von Arbeitsplätzen für qualifizierte Frauen und Männer sowie Lernende. Gezielte Investitionen und die Automatisierung bieten den Mitarbeitern und Lernenden ein fortschrittliches Arbeitsumfeld und helfen uns in einer globalisierten Welt wettbewerbsfähig zu sein. Mit dem breiten Maschinenpark ist Rosta in der Lage individuelle Lösungen für seine Kunden zu entwickeln und herzustellen. Die jahrzehntelange Erfahrung ermöglicht es Rosta clevere Ideen für seine Kunden zu entwickeln, um sie produktiver und wettbewerbsfähiger zu machen. Automatisierte Produktionsanlagen sind Garant für eine gleichbleibend hohe Qualität. Alle Produkte sind blau lackiert und weltweit anerkannt. Die ständige Weiterbildung der Mitarbeiter ist ein Schlüssel zu unserem Erfolg. Eine sehr geringe Fluktuation spricht für Rosta als bevorzugter Arbeitgeber, für den Menschen arbeiten wollen. Maßgeschneiderte Vorrichtungen und Montagehilfen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Flexibilität. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine leere Phrase. Rosta bietet Dienstleistungen an, bei denen die Gummieinsätze ersetzt und das gesamte Element überholt werden. Es sind die Menschen, die bei Rosta arbeiten, die den Unterschied ausmachen. Rosta legt großen Wert auf Innovationen. Ein engagiertes Team evaluiert ständig neue Materialien, Designs und Dienstleistungen, um die führende Position von Rosta auch in Zukunft zu sichern. Als nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen hat die Prozess- und Produktqualität bei Rosta seit jeher höchste Priorität. Mit modernsten Messgeräten sichert unser Team nachhaltige Qualität für heute und für weitere 75 Jahre.